Die NTM-Star Stefanie Giesinger verkündet süße Nachwuchsnachrichten Stefanie Giesinger, 24, ist auf den Mund gekommen, die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin von 2014 hat eine Fellnase adoptiert. Auf ihrem Instagram-Profil teilte das Model nun ein Foto des flauschigen Vierbeiners, der es sich in einem Körbchen gemütlich gemacht hat. Zu dem Schnappschuss schrieb die frisch gebackene Hundemutter, in der Nacht vom 9.01 zum 10.01 ist Heinz sie endlich aus Griechenland in Deutschland angekommen. Der süße Wauzi sei zwar, verständlicherweise, noch ganz ängstlich und vertraut der neuen Situation nicht, aber er macht stündlich Fortschritte. Die Influencerin, die über ein Ende ihrer Model-Tätigkeit nachdenkt, könne es kaum erwarten, Heinz zu zeigen wie schön das Leben sein kann, schrieb sie weiter und versah ihren Beitrag mit mehreren Herz-Emojis. In einem weiteren Video versucht ihr Freund, Model und Ex-Hootuber Markus Badger, 29, den Hund mit Leckerlis zu ködern. Anfangs noch zackhaft, so gewinnt der Vierbeiner langsam Vertrauen und lässt sich von dem 29-Jährigen das Ohr trauen. Schließlich empfiehlt die Laufstegschönheit allen Followern, die schon lange mit dem Gedanken spielen, einen Hund in ihr Leben zu holen, aus tiefstem Herzen einen Hund zu adoptieren. Es gibt so viele Vierbeiner, die nur darauf warten, in ein liebendes Zuhause zu kommen. Die Dankbarkeit ist riesengroß nach der Eingewöhnung. Die Dankbarkeit ist riesengroß nach der Eingewöhnung. Die Dankbarkeit ist riesengroß nach der Eingewöhnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020